Aufwärmrunde hier in FIFA 20. Begrüße das Gemüse. Willkommen Karriere mit dem DSV Hartzberg. Es geht auswärts gegen Swarovski Tirol. Ja, wir setzen wieder mal auf die Jugend. Gemischt Startelf plus Jugendspieler. Wie im letzten Spiel schon gegen die Admira hat das ganz gut funktioniert. Ja, wir sind jetzt zwei Punkte vor Rapid Wien. Vier Punkte hinter Salzburg. Ein enges Rennen. Ja, wir sind das Team mit den meisten Toren. Oh, Salzburg hat 47. Oha. Ah, das ist heute, heuer, diese Saison. Ähm, ist es enger als letzte Saison. So, los geht's. Ah, jetzt hat er einen Schmidt. Auf Nimaga. Nimaga. So. So. Tatech. Auf Ostrak. Und. Boah, Nimaga wäre. Nein, du Zubas. Wäre hier fast rangekommen. So. Oh, Eckball. Und Tatech. Nein. Er erwischt ihn nicht. Auf Nimaga. Nimaga. Ah. Letztes Moment wird ihm der Ball noch abgenommen. Oh. Hey, komm Schiri. Pfeift er nicht. Unglaublich. Na, Vorsicht. Da passen. Ja, letzte Saison haben wir ja das erste Spiel gegen Tirol 5 zu 2 verloren. Und das zweite Spiel war dann nur ein 2 zu 2. Vielleicht sieht es jetzt besser aus. Komm, mach ihn. Noch einmal. Jawohl. Tor. 1 zu 0 der Saatberg. Ostrak. Die Jungen. Jungen Wilden machen das Tor. Ja, mit wie viel Rechunglück zugleich? Und sein drittes Bundesliga-Tor. Ja, heuer tragen sich mehrere in die Torschützenliste ein. Von der Saatberg. Nicht nur ein oder zwei. Nooo. Oh, recht verteidigt. So, komm Schmid. Auf Gabichler. Da Brüchler. Schmid. Auf... Ah, was macht Ai Wu hier? Schmid. Auf... Tate. Tschu. Ehrlicher Schuss. Und wieder einmal... Und wieder einmal... Shuttle wir am gegnerischen... Zweihütter. Unglaublich. So, jetzt... Komm... Ah, setz dich nicht durch. Und wieder einmal noch. Oh, Gabichler, komm, nicht schlafen. Schön gespielt. Auf... Tatec. Tatec. Auf... Schmid. Oh, Gabichler, nein! Was? Ach komm, Junge. Ja... Ja... Im Scheitz, aber... Ja... Okay. Lass wir mal so. Ja, Hartberg drängt aufs Tor. Das ist gut so. Nur Vorsicht, das kann sich... Schnell rächen. Und... Ostrak wieder mit der Chance. Traum. Steht keiner. Ah, aufgepasst. Konter. Oh, Nibor, der ist schnell. Aber... Abgefangen. So, Nibaga. Hat sich ja auch schon in die Tollschützenliste eingetragen. Nein! Komm. Alles noch da. Ah, zu früh. Rutsch. Ja. Ja. Boah, komm. Und... Meier steht im Tor. Wieder ein Linksfuß. Wir haben nur Linksfüsse. Das Torhüter. Mal sehen, wie sich Meier macht. Meier, Dreier... Ja, wir haben viele Torhüter. Ja, wir haben viele Torhüter. Boah, gut weiter gespielt. Und mach es, mach es! Mach es! Mach es! 2 zu 0. Schmied mit dem Torhüter. wieder einmal mehr die Jugend. Schön macht er das. Und... easy cheesy. Hau den rein. Hau den rein. Jürgen Schmied. Sein... Debüt Torhüter. Im ersten Spiel sind erstes Torhüter. Wie schon zuletzt. Ähm... Weiser. Weiser. Otto Weiser, genau. Jetzt auch Jürgen Schmied. Ja, vielleicht werden die ja... ganz groß öfters einsetzen. Man erinnert sich an die letzten Saison. Blumberger und... Hoffmann. Die waren... Hoffmann war 30 Mille wert. Blumberger auch, glaube ich, äh... um die 20. Zick. Wow! Und drei... Meier. Wow! Nein! Das war Pech! Auch er bekommt im ersten Spiel ein Gegentor. Ah! Das war Pech! Hält er einmal. Und da... Wow! Blöd gelaufen. Calvin. Ieboa. Mit... Oh! Adic macht einen Feldpass. Ach komm, Junge. Nein. Und da... Entweig das bin. Es ist das... Ja, ich würde für uns reinigen. Ja, ich würde... Ja, das ist eine Führungspunkle. Und Halbzeit, 2 zu 1, weiterhin die Führung, aber es wird nicht leicht, Zawarowski versucht das nicht desto trotz, aber unsere Jungen, die halten schon ordentlich dagegen. Da, aah, Feldpass, aah, die Boa ist einfach schnell, du kannst so machen, was du willst. Oh, Rasswalder, Huber. Ah, steht gut mit zwei Viererketten. Ah, wieder abgefangen. Abgefangen. Ah. Ja, genau. Ah, ja, jetzt. So, Tadic, aus dem Spiel. Auf ihn kommt der Donisa. Ah. Ah. Woher? Okay. Uppset. Okay. Achtung. Ah, komm. 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 Ah. So, Wechsel beim WSG. So, Wechsel beim WSG. Okay. So, wechsel mit. Wie kann man jedes Mal. Wie kann man jedes Mal nur so hängen bleiben. Ah, komm. Wie auf muss ich noch? Oh. So, jetzt. Der kommt. Echt, jetzt? Wow. Unglaublich. Also, wenn Dicke vorgekommen, dann war's ja nicht. Das macht es. Huh. Tolle Chance wieder. Schmidt. Guter Schuss. Aber einmal mehr scheitern wir am Torwart. Und, oh, wuchtiger Kopfball. Ah. Keine Chance. So, Schmidt aus dem Spiel. Tolles erstes Debüt. Ah, tolles Debüt. Erstes Debüt. Tolles Debüt. Tolles Debüt. Tolles Debüt. Tolles Debüt. Mit Torerfolg. In kommt jetzt. Und Tjernik. Ein Defensiver. Gut gemacht. Von der Sine. Allein. Schöner Pass. Er geht ihn durch die Beine. Oha. Aufgepasst. Ja. 2-2. Wahnsinn. Keine Chance. Kelvin Jebror. Der Superstar. Bei den Tirolern. Zu langsam. Da hat Meier keine Chance. Da hat Meier keine Chance. Ja, es geht auch jetzt nicht wirklich viel. Jetzt vielleicht. Grünwald. Mit der Parade. Ja, Verteidigung. Steht sehr gut. Jawohl. Boah. 3-2. Treffer zählt. mit Julio Donisa. Julio Donisa. Geht doch. Es sehen die Lücken. Einfach so mittel. Wow. Sagt knapp nach Abseits aus, aber Treffer zählt. Sein 8. Tor schon. Ja, dieser Kauf macht sich bezahlt. Oh, komm. Hold in. Der. 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 Oh, gut gehalten, weg mit dem Ball, kommt, dann ist er, ah, oh, aufgepasst, ja, schöne Parade, schöne Parade vom Meier, so, das ist ein Spiel für den Einkampfmecker, John Lima, ja, das war da, ah, das war jetzt nicht gerade optimal, ja, kein Problem, gleich geht sich noch ein Angriff aus, nein, das war's, wir besiegen Wattens Tirol mit 3 zu 2, volles Sieg, wenn auch knapp, fast eine 2 zu 0 Führung, verspielt, aber wir haben es geschafft, so, Rapid, ah, gewinnt er auch, Salzburg gegen Sturm Graz, 4 zu 0, ja, tolles Spiel, Jugend wird einmal mehr zugeschlagen, und ja, nächstes Spiel gegen WAC, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, ein Aber nicht vergessen, Road to Sixty, und, ja, bis zum nächsten Mal, Fusias Bauchi, euer Lizinator. Schöneinator. Vielen Dank.